Hallo, heute ist Soller, Porte Soller auf Mallorca, für Mallorca erleben. Und heute, ihr hört es schon im Hintergrund, die Böllerschüsse. Es kündigt sich nämlich ein Überfall der Piraten an. Und wie das jetzt nachher ausgeht, seht ihr nachher hier. Firo, firo. Firo, 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 firo... Firo, firo, firo. Firo, firo, firoori, firo. Wirr, ich frage dich! Eeeeeh, es schaunfaatio. Väx! Vamanos! Eh, es geht euch sonst, tira! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.